ja und einen ganz schönen guten morgen an euch alle da draußen seid herzlich willkommen zu povrotz 2 minuten und diesmal ist es ich würde mal sagen ein special eine spezialausgabe dieser zwei minuten ich habe keinen timer mein kaffee guten morgen und guten appetit euch wenn ihr gerade beim frühstücken seid und es geht darum dass ich mir überlege ob ich povrotz 2 minuten jetzt weitermachen soll ich habe jetzt in die kommentare mal geschaut hier auf meinem channel und es kamen jetzt wenig neue ideen und auch immer jetzt mit weniger likes ich habe dann halt trotzdem das genommen was am meisten likes hatte sogar wenn es zum beispiel fünf likes waren aber das war vom ursprünglich sinn der sache ich wollte dass ich immer mehr anschließen dass dass wir immer neue wirklich tolle ideen und ja bestimmt viele fragen an mich und diesmal würde ich halt gerne von euch wissen ob ich das ganze weitermachen soll oder ich würde sehr gerne einfach povrotz 2 minuten auch vielleicht als playlist abschließen und wieder irgendein neues format reinbringen so dass der kanal einfach noch mal vielfältiger wird weil die eine sache haben wir super viele fragen ihr könnt euch da ich glaube über 40 folgen und ihr könnt euch überall wissen über mich was ich von lol denke das könnt ihr euch überall reinziehen also ist das eigentlich schon mal denke ich eine ganz interessante playlist das ist ja wie so ein faq an mich und vielleicht habt ihr irgendwelche richtig geilen ideen also schön wäre es wenn die auf jeden fall mit lol verknüpft sind ich könnte irgendwelche videos bearbeiten so was wie place of the week könnte ich machen da werdet ihr natürlich wieder gefragt würdet mir eure videos schicken oder irgendwas im real life wollte ich sowieso mit mikey mal machen aber das dazu kommen wir dann noch mal wann anders also schreibt mal bitte eure ideen und die können auch richtig krank sein und am besten wenn es schon irgendwas mit lol zu tun hat damit das natürlich auch gut in den kanal passt und und in das ganze konzept und natürlich eine sache die euch richtig interessiert es kann auch sein dass schreibt ein paar worte ich will unbedingt dass diese paar worte zwei minuten weiter machst und natürlich dürft ihr auch das schreiben es ist absolut eure meinung gefragt ihr entscheidet wie es mit dem kanal weitergeht ob die playlist einfach jetzt abgeschlossen wird oder ob was neues kommen soll ich habe demnächst ein bisschen urlaub kann mir also auch ein paar gedanken machen und vielleicht schon mal ein neues format einführen und es auch schon und vielleicht auch da mal ein erstes video dann bringen spaß hätte ich auf jeden fall an so einer bearbeitungsgeschichte da muss ich mich aber erst mal in programme rein fuchsen weil videos gut zu bearbeiten mit tollen effekten das ist schwierig also ich weiß nicht würde auch gerne videos halt so machen die so 15 minuten lang sind und da einfach nur so ein place of the week so was dauert meistens nicht 15 minuten also schreibt mir doch bitte in die kommentare was ihr von meiner idee haltet bzw von der ganzen entwicklung des kanals wie soll es weitergehen mit einer neuen playlist eventuell was fällt euch da ein ihr seid gefragt ihr entscheidet ihr seid community ich wünsche euch ein wir sind community so ich wünsche euch ein schönes wochenende leute wir sehen uns eventuell dann wieder montag ja montag werde ich auf jeden fall noch mal sagen wie das ganze jetzt ausgegangen ist aber ich bin euer powerwart leute ich bleibe auf jeden fall dabei vielleicht halt nur ein bisschen anders gameplays wird sowieso geben immer gute laune volle power bis zum nächsten mal